Weltzustand Davos – Uraufführung von Rimini-Protokoll Das Stück Weltzustand Davos haben die beiden Regisseure Helga Taug und Stefan Kägi von Rimini-Protokoll mit ihren fünf Darstellern entwickelt. Die besondere Methode von Rimini-Protokoll sieht auf der Bühne keine Schauspieler vor, sondern sogenannte Experten. Menschen also, die aufgrund ihrer Lebens- und Berufserfahrung Anekdoten, Recherchen, Biografisches und sachliche Zusammenhänge in die Stückentwicklung einbringen. Über etwas mehr als ein Jahr haben Rimini-Protokoll zusammen mit ihrem Team ausgehend vom Thema Weltzustand Davos und dem World Economic Forum Interviews geführt und schließlich das Team an Darstellern zusammengestellt. Hans-Peter Michel ist ehemaliger Lantermann von Davos und verhandelte als solcher sowohl mit dem WEF als auch mit den Aktivisten der alljährlichen Gegendemonstrationen. Ganga J. Aradnam ist Soziologe der Universität Basel und beschäftigt sich mit Reichtumsforschung und Rohstoffhandel. Sophia Scharkova ist Unternehmerin und Vizepräsident des Zürcher Verbandes Young Global Sharpers des WEF. Cécile Mollinier arbeitete ihr ganzes Leben bei der UN, zuletzt als Direktorin des UN-Entwicklungsprogramms in Genf. Otto Brändli ist Lungenarzt, er war unter anderem Chefarzt in Davos und beschäftigt sich mit der aktuellen Renaissance der Tuberkulose weltweit. Wenn diese fünf Spezialisten aus ihrer jeweiligen Sicht über das WEF sprechen, entsteht dabei weniger eine These oder eine brisante Enthüllung, sondern vielmehr eine phänomenologische Untersuchung. Ein Theaterabend, der sich fragt, was diese Zusammenkunft von Hunderten von CEOs, Wissenschaftlern, Politikern und Vertretern von NGOs jedes Jahr im Januar in Davos überhaupt bedeuten soll. Wer kommt da zusammen? Was wird besprochen und beschlossen? Warum in Davos? Und mit welcher Absicht? Das WEF-Motto Improve the State of the World wirft auch die Frage auf, wer die nötige Macht hat, den Weltzustand zu verändern. Und wer darf entscheiden, was Verbessern bedeutet, die Staaten oder die Firmen? Ganz ohne Beschlüsse hat hier am WEF seit seiner Gründung 1971 immer wieder ein Stück Weltgeschichte stattgefunden. Dabei hat sich das Treffen der Globalisierungsfreunde mittlerweile einmal komplett auf den Kopf gestellt. Im Jahr 2000 warb Bill Clinton als erster amerikanischer Präsident, der das WEF besuchte, für den Eintritt Chinas in globale Freihandelszonen. 2017 besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping das Forum, warb jetzt aber seinerseits für globalisierte Märkte. Während Donald Trump in 2018 seine protektionistischen Slogans à la America First skandieren dürfte. Der verschobene Blick auf solche Phänomene, den Rimini-Protokoll in ihren Produktionen ermöglichen, ist ein völlig anderer als der der Zeitungen und Medien. Die Inszenierung zeigt eine globalisierte Welt, in der das Rohstoffcluster in Zug- und Glencores Kupferminen in Zambia auf einmal ganz nah beieinander liegen. In der die 100-jährige Geschichte der Tuberkulose und die moderne Idee von Public-Private Partnership miteinander verwoben sind. In der dieses alljährliche Zusammentreffen der Mächtigen als selbsternanntes Sanatorium für die ganze Welt und als lobbyistische Weltregierung befragt wird. Dabei wird nicht nur das verschneite Alpenstädtchen Davos vor den Augen der Zuschauer freigelegt, sondern in der Zauberbergkulisse entschweben die Zuschauer selbst mit über das Nebelmeer und nehmen über den Wolken im olymphaften Oval die Rolle eines teilnehmenden Konzernchefs ein. und nehmen über das Schaaf- und die Leute aus der Zwischenzeitung. Und hier ist es noch ein wenig interessanter. Die Menschen sind die Menschen in der Zwischenzeitung. Die Menschen sind die Menschen in der Zwischenzeitung. Die Menschen sind die Menschen in der Zwischenzeitung. Vielen Dank.